Hallöchen meine Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute wird es mal nicht einen Daily Vlog geben, das heißt ich nehme euch heute nicht nur einen einzigen Tag mit, sondern ich wollte mal was ganz Neues ausprobieren und zwar einen Wochen Vlog. Da habe ich mir gedacht, dass ich euch so über mehrere Tage mitnehme, aber immer nur so aus kleinen Tagesausschnitten. Ich bin einfach ein bisschen so, wie soll ich sagen, neugierig auf Wochen Vlogs. Ich habe das noch nie gemacht, also seitdem ich YouTube mache, habe ich immer Daily Vlogs gemacht, also immer täglich oder themenspezifische Videos, aber ich habe noch nie einen Wochen Vlog ausprobiert und ich habe so Bock drauf. Ich bin so neugierig, ob das funktioniert und ob das spannend ist, weil, ja, kann auch vielleicht interessant sein, dass ihr mal so eine ganze Woche, aber nur aus, ja, ihr wisst schon, nur so ein paar Clips aus dem Tag sieht. Ich bin mir selber noch nicht so sicher, wie das im Schnitt ausschaut und wie interessant es sein wird und ob es überhaupt gut ankommt oder ob es für uns leicht oder schwer zum Filmen ist. Deswegen habe ich mir gedacht, probierst es mal aus und schauen mal. Also lasst euch überraschen, ich werde mich auch überraschen lassen. Ja, heute ist Mittwoch, ähm, der, was Datum ist heute? Heute ist der 9. Juni. Die Kinder sind alle in der Schule, Kindergarten. Oh, ihr Kleiner, wie lebt ihr euch bei Mami zu Hause? Und der Baba, der steht da hinten. Wir sind im Garten, wie ihr vielleicht seht oder ein bisschen hört. Wir bekommen heute den neuen Zaun. Im letzten Vlog habe ich euch ja im Baumarkt so ein bisschen mitgenommen, wo wir uns überlegt haben, was wir kaufen könnten, was wir machen könnten. Haben uns dann aber kurzfristig dagegen entschieden und haben eine Firma beauftragt, die dann heute kommt und den macht. Ja, da werde ich euch ein bisschen was zeigen. Baba hat schon ein bisschen was ausgegraben. Er steht da und schaut jetzt. Ja, ich kann ja mal rufen. Ah, und meinem Fuß, genau. Mein Fuß geht es schon viel besser. Also, ich weiß nicht, blau ist er nicht mehr, glaube ich. Also nicht mehr so angeschwollen. Ich kann schon auftreten und es tut nicht mehr so stark weh. Also es tut natürlich schon ein bisschen, also minimal. Also wirklich minimal, so als wenn ich einen Krampf hätte oder so. Fühlt sich das an, so. Ich kann die Zehen noch nicht so ganz ausstrecken. Es zieht dann noch so ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall, ja, alles okay. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich nur so eine kleine Anschwellung und so ein blauer Fleck durch diesen Tritt in diesen blöden Tischbein da. Aber sonst ist nichts gebrochen. Und ich glaube auch nicht, also wahrscheinlich so eine ganz leichte Prellung. Der Schmerz ist auf jeden Fall wieder aushaltbar. Ja, ich zeige euch mal, was da Baba hinten mein Zaun macht. Ja, so schaut Stand der Dinge aus. Wir mussten diesen Zaun hier raus machen und einen provisorisch hier herstellen, weil wir ja Welpen haben. Und damit die halt nicht raus auf die Straße und so weiter können, haben wir, oder hat der Papa den da her und hat halt so Kisten und die Schuhkarre, das Fahrrad und, ja, die Tonne. Und, ja. Na, mein Schatz? Was denkst du, wo kommt der neue Zaun hin? Zeig mal den Zuschauern. Ja, es kommt da, hinterher. Ja. Und da so. Und da so. Und da so. Genau. Und dann haben wir dann auch ein richtig gutes Tor. Also nicht mehr so ein Holztor, sondern ein, so aus einem Zaun, Stahlzaun, oder was ist das? Verzinkt. Verchromt ist es, oder? Andrazit. Andrazit. Und da sind die Welpies. Seid mal. Ja, du. Bist du die Lucy? Bist du die Lucy noch, gell? Und das ist Louis. Die Lucy ist so eine Schmusebacke, die will uns immer abschleppen. Seid mal. Warte, Lucy, warte. Warte. Ja, ich lieb dich auch. Ja, du bist ja mein Mausie, gell? Du bist mein Mausie. Oh, Bella. Hattest du im Dreck gelegen. Peppa, Ingo, Louis. So süß, oder? Louis. Oh, müde. Hier ist noch Lima. So süß, oder? Wie sie da immer unter dir da rauszuschlafen. Hey, bitte, Mausie. Oh, Peppa, bitte, mein Peppa, Maus. Ja. Ja, und ich werde hier arbeiten. Habe meinen Laptop rausgebracht. Muss ich den kleinen kurz ablegen. So. Kannst du Peppa kurz liegen? Ja, bitte. Ja, also hier ist mein Café und ein Buch. Dieses Buch lese ich aktuell. Und das ist richtig, richtig toll. Da werde ich es danach weiterlesen, nachdem ich ein bisschen gearbeitet habe. Also, falls ihr zum Beispiel schlechte Gewohnheiten habt, die ihr vielleicht ablegen möchtet, oder grundsätzlich in eurer Routine etwas verändern wollt. Dieses Buch hilft euch dabei. Das ist wirklich super gut. Jo, ich hatte ein bisschen Zeit zum Lesen, die Tage. Aber vorher muss ich, ja, zuerst mal meine Instagram-Community begrüßen, weil das habe ich noch nicht gemacht. Deswegen, let's do this first. Ich habe jetzt nämlich so ein bisschen Instagram-Fause gemacht. Noch einen Schluck Kaffee. Also, nochmal. Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin wieder da. Bin wieder da, klingt so komisch, als wäre ich weg gewesen oder so. Aber ich habe mir halt so ein paar Tage Auszeit gegönnt, weil mein Fuß so weh getan hat. Und, ja, das war auf jeden Fall, was war das, der Sonntag? Da war noch voll krass geschmerzt, mein Fuß. Am Montag war es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Ich konnte schon auftreten. Also, schon nicht ganz. Ich bin noch immer so seitlich gegangen, aber auf jeden Fall schon viel, viel besser. Und gestern, ja, glaube ich, gestern war der erste Tag, wo es... Ich weiß gar nicht, wie ich getan habe, außer ich bin irgendwie falsch aufgetreten, aber wenn ich vergessen habe oder so. Und heute ist es schon wirklich gut. Also, ich kann schon richtig gute Bewegungen machen. So, ich muss jetzt die Story noch betiteln. Das heißt, ich schreibe da immer was zu, damit die Leute das auch zum Beispiel anschauen können, während sie gerade ihr Baby stillen oder im Bett noch liegen und vielleicht nicht mit Sound hören können. Und das mache ich jetzt einen Moment und später. So, ein paar Stunden später schaut das jetzt hier so aus. Die Firma ist schon weg, weil das wurde jetzt betoniert und das muss ein bisschen trocknen. Deswegen kommen die morgen wieder. Ich komme morgen bis morgens und mittags. Und da seht ihr, da ist das Tor und das Zaun da und das wird dann morgen befestigt. So wird der Zaun dann ausschauen. Wie gesagt, das muss ich mal trocknen. Aber unser provisorischer Zaun, der macht es natürlich auch. Und die Welpen, die kommen da sowieso nicht daher. Und die können auch gar nicht raus. Und morgen geht es hier im Vlog weiter. Morgen werde ich mir oder lasse ich mir meine Augen brauen. Rasieren. Nein, ich kriege so schöne Augenbrauen tätowiert. Sagt man tätowiert, das ist so permanent. Heißt das so? Permanent? Auf jeden Fall lasse ich mir morgen die Augenbrauen machen. Hallo meine Lieben, schaut mal wo ich bin. Wie schön ist das bitte hier? Ich bin nämlich bei Maintain Brows. Ich bekomme heute die Augenbrauen gemacht. Das haben mir ja ganz viele von euch empfohlen. Und ich bin auf jeden Fall bei Maintain Beauty. Die macht mir jetzt gleich meine Augenbrauen. Ich freue mich sehr darüber, weil ich finde das ist immer so lästig, wenn man sich das schminken muss. Und ich freue mich schon sehr. Ich zeige euch auf jeden Fall nachher dann das Endergebnis. Das ist auf jeden Fall ein Zwischenstand, eine Skizze. damit wir schauen können, wie wir das machen. Sie hat mir die ganz schön geformt. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Schaut mal bitte, was seit gestern fertig ist und wer nicht mehr ausbrechen kann. Die Lucy ist bald gleich so groß wie die Amy. Das ist unser neuer Zaun. Der Zaun ist fertig, wie ihr sehen könnt. Hier kann kein Hund mehr drüber springen. Alles ist safe. Das einzige was noch gemacht gehört, da muss sich der Papa darum kümmern, ist hier, kommt da auch was rein? Da unten. Ach so, hier ist es von diesen Balken, oder? Also Balken, wie heißt das? Ja, Stehe. Also da unten muss der Papa noch so Steine reingehen? Nein, ich glaube nur ganz eben alle Erde. Ach so Erde, okay. Aber hier haben wir so provisorisch diese, wie heißen die Steine? Ziegel. Ziegel? Ja, willst du rausbrechen? Das geht nicht mehr. Aus. Aus die Maul. Die Einzigen, die ausgebrochen sind, ist eigentlich eh nur die Golde, weil die da drüber gesprungen ist. Sophie hat auch was, was da bei dem Zauner ist. Aha. Sie waren jetzt schon weiß nachgefallen. Oh, hat die Sophie gefreint? Sophie versucht hier die böse Träume. Die nächste Woche ist der Louis weg. Hey, weißt du denn, Papa? Ja, weißt du. Aber er macht nicht fest. Ah, der ist ein Gentleman. Ah. Den Louis kann man kaum noch hochheben, der ist so schwer. Der hat locker schon, fünf Kilo. Der ist wieder Philipp. Ja, stimmt. Und ich werde jetzt die Zeit produktiv nutzen, während er aber draußen beim Zaun beschäftigt ist und werde etwas zum Mittagessen vorbereiten im Thermomax. Heute gibt es Nöcki, Mädchen, Hirn, Spinat, Auflauf und der kleine schläft noch. Deswegen werde ich mich jetzt gleich ran machen und nicht zu viel labern, weil man weiß nicht, wann er aufwacht und dann ist es schon wieder vorbei mit zwei Hände frei haben. Deswegen, let's go. Hier drauf muss jetzt eigentlich noch Spinat drauf. Ich habe jetzt aber vorhin geschaut und der ist aber leider noch nicht fertig. Der muss nämlich noch abtauen. Währenddessen mache ich im Thermomix die anderen Sachen und nicht wundern, der hat da so noch die blaue Folie drauf, weil das ist jetzt mein Thermomix. Den habe ich, also den ich davor hatte, das war mein Light Thermomix, weil ich bin Beraterin, also ich bin als Beraterin eingestiegen, wo ich mir den Thermomix quasi verdienen kann und das habe ich dann gemacht. Deswegen habe ich jetzt meinen bekommen und da hat noch die Folie drauf und ich will sie noch nicht abmachen. Genauso wie am Display lasse ich sie noch drauf, solange es geht, damit der schön lange, schön erhalten bleibt. So, das Essen ist im Backofen und da der Kleine noch schläft, habe ich mir einen Kaffee gemacht. Ich habe mich heute voll vergessen, Kaffee zu trinken, deswegen habe ich mir einen Kaffee gemacht und jetzt mache ich die Tür auf. Nein, das ist ein Problem jetzt, schau. Ellbogentechnik. So, ich habe es raus geschafft. Nicht, dass die sich verrutschen, oder? Auf jeden Fall zeigt mir der Papa gerade, dass er gemacht hat, er hat mich da diese Steine. Ich überlege gerade. Ich kann ihnen ein bisschen Zement kaufen und aufeinanderpicken. So will es auch sehen. Ich trinke jetzt meinen Kaffee im Garten bei meinen Welpen. Jetzt lassen nicht nur die Kinder ihr Spielzeug herumliegen, sondern auch die Welpenkinder. Hey Welpenkind, ja, was ist denn da? Hey Lucy, ja, Lucy, du lachst. Ich will mich mit dem Olli-Pasche. Oh, du bist du Mama schmitz. Hey, hi, hi. Hi, mein Baby. Ich sage Lucy, du bist eine Schmutzelocke. Du bist eine Schmutzelocke. Du bist eine Schmutzelocke. Du bist eine Schmutzelocke. Was bist du für ein großer Wauwau. Könnt ihr euch vorstellen, diese Hunde, diese riesen Babys hier, die werden noch gestillt. Noch gestillt. Ja, das sind noch Babys, aber große Babys. Au, mein Zehen. Unser Auflauf ist fertig. Den werde ich jetzt gleich rausholen. Aber vorher werde ich die Mädels holen. Ich nutze nämlich die Chance, dass der Kleiner noch schläft. Deswegen kann ich schnell fahren. Baba ist eh zu Hause. Sie glaubt, ich lasse den jetzt alleine zu Hause. Ja, werde ich auf jeden Fall jetzt schnell losdüsen. Und die Kleinen holen. Der Baba hört den sowieso. Wenn er aufkommt. So. So, bevor wir jetzt aber zum Essen beginnen können. Und das ist eine Kinderwahl. Bibi. Möchte die Lisa, dass ich ihr ein Geschenk auch mache. Und zwar hat sie einen Bibi-Kinderwagen bekommen. Warum hast du den Kinderwagen bekommen? Aber warum? Steht drauf. Aber warum? Da steht drauf. Ja, da steht drauf. Weißt du, warum du das bekommen hast? Sollte Mama sagen? Ja? Die Luisa ist nämlich windelfrei, gell? Die Luisa braucht keine Windeln mehr. Ja, sie geht mit Unterhosen im Kindergarten. Gell? Nur beim Schlafen braucht sie sie halt noch. Die Luisa hat ein bisschen länger gebraucht als alle anderen Kinder. Ein bisschen mehr Motivation, ein bisschen mehr Überzeugungskraft. Und ähm... Und was ist die Baby-Datung? Die letzten... Also als kleinen Anreiz, dass sie es jetzt wirklich am Tag durchzieht, diesen Kinderwagen, gell? Der hat nur 25 Euro gekostet. So, so machen. Ja. Den baue ich jetzt auch. Den haben wir gestern geholt bei Smith's Store. Es ist wie gesagt nur 25 Euro. Ja, und da ist die Kinderwagen gekingelt. Nur 25 Euro hat es jetzt gekingelt. Ah. Ich habe einen Kinderpool bestellt. Der wird jetzt gekommen sein, weil unser Pool ist kaputt. Der hat ihn doch aufgebaut, aufgefüllt. Der ist wieder leer geworden. Mama, Mama. Ja, das müssen wir mal aufbauen. Das müssen wir mal aufbauen. Zeig mal, Lisa. Wow. Ja. So stolz. Sie hat sich auch ein Baby gewünscht. Der ist ja ein bisschen klein. Der ist wirklich richtig angeschnallt. Ihnen kann nichts passieren. Ja. Hey, Papi. Warte, warte. Ich mache es so hoch. Warte, diese Pedale muss runter, damit es billt. Ja, es kommt dann leer mit den Füßen nicht. Und? Passt? Wie? Ja. Du findest toll. Du hast 25 Euro gekostet. Ist okay, oder? Ja. Ja. Es hat welche auch um 80 Euro gegeben. Na, 25 Euro ist toll. Ja, meine Lieben, mittlerweile sitzen wir im Garten. Es regnet, aber wir lassen uns davon nicht beirren. Es ist nämlich auch super warm und angenehm. Und hier bin ich mit dem Kleinen. Ich habe in mein T-Shirt eingekuschelt. Hier ist die kleine Lucy, die auch unbedingt zu uns rauf will. Magst du rauf? Hier, Lara, hebst du meine Lucy kurz rauf? Ja, wollte ich auch gerade. Hier komm, hier komm, Lucy. Du bist ja ein bisschen nass. Mach nichts. Kuschelt sich jetzt da zu uns dazus, schaut mal. Ja, Lucy. Und die Lara und die Lisa spielen da gerade mit Regenschirmen. Wo ist die Lisa? Hi. Ist das schön? Ja. Die Lucy ist so eine Knutschbacke, so eine Kuschelknutschbacke. Wenn ich immer da bin, dann legt sie mich voll ab. Ja, okay. Jetzt legt sie gerade mein Hähn an. Das hat sie gerade so gemacht. Ja. Und alle Uren, alle Wolfen. Lucy. Ich wollte mich auf jeden Fall auch gleich vom Vlog verabschieden. Es war jetzt kein richtiger Wochenvlog. Ich habe es versucht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das was für uns ist. Könnt ihr mal gerne unten in den Kommentaren schreiben, ob wir das nochmal probieren sollen. Oder vielleicht eine ganze Woche. Es ist ja mal so schwierig. Ich weiß, bei uns ist jeder Tag eigentlich sehr, sehr vollgepackt. Deswegen weiß ich nicht, was gerade jetzt interessant ist, was gerade nicht. Deswegen ist es für mich schwierig. Daily Vlogs ist halt einfach einer da. Nehme ich euch den ganzen Tag mit. So bei Wochenvlog. Mal schauen. Wir können ja gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das gefallen hat. oder ob ich das nochmal probieren soll. Vielleicht eine ganze Woche. Und äh... Papa kommt gleich wieder. Ja, klar. Na gut. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich diesmal so hier und jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.